Heyo Leute, damit recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge League of Legends. Ich spiele Lucian als ADC und ich hätte gerne einen Penta-Kill. Endlich mal, weil inoffizielle habe ich schon zwei mittlerweile. Also ich finde es echt cool, zwei inoffizielle Penta mit Lucian und einen gestilten Hexer mit Lucian. Und ich habe schnell eine Frage. Ja, du bist Tarek als Support, Hayani. Richtig, first time und darum habe ich eine Frage zu meinen Items. Ja, was soll ich mir als erstes kaufen? Dieses gelbe Muschi-Ding. Die gelbe... Relique Shield? Ja, ja, genau. Okay, schon gedacht, die gelbe Münze, aber nein. Und was sonst noch? Ähm... Leoports. Wortsin überwertet. Als zweites Item holst du dir dann... Und was für eine Attacke soll ich als erstes skillen? Ähm... Wir spielen gegen Ezreal und Blitzcrank, also Stun. Das ist die E. Das ist die E. Ähm... Die Q ist der Heal und die W ist eben dieses... Lol? Hä, was? Die Eni... Die gegnerische Eni hat sich gerade von unserem Turm hinrichten lassen. Nicht dein Ernst? Doch! Okay, die Eni ist auch Level 5, aber... Ähm... Auf jeden Fall, als nächstes kaufst du dir das rote Rubin-Kristall-Ding oder so, wie das heißt. Okay. Das sind nämlich Worts. Da musst du dir jetzt keine kaufen, dann kaufst du dir später einfach den Stein und dann hast du Worts ohne Ende. Okay. Auch gut. Ja. Ähm... Ähm... Wir haben einen Dreier-Premate und zwar den Set, den... Ähm... Silber 5. Und... Ähm... Ich zeig euch gleich den Rest. Nein! Ich hab mein erstes Minion verpasst, oh mein Gott! Oh Gott! Der Rest der Mitspiel-Boss. Ähm... Da verpassen wir schon wieder einen Minion. Nein, ich hab ihn. Alter, reißt der krassen Schaden. Master Yi ist Level 10 und Wukong ist Bronze 3. Ich hatte gerade einen Lux als Support mit Lucian. Und ich stand 10, 8 am Ende. Oh Gott! Oh Gott, Marvin. Der Ding, der spinnt doch. Ich hab leider noch kein Shield für dich. Ähm, W ist das Shield, oder? Ja. Soll ich die machen oder meine Kuh? Äh, mach die Kuh. Was kann die Kuh? Das ist ein Heel. Da musst du aber zielen. Also, da musst du auf mich zielen. Sonst krieg... äh, krieg der ein Heel-Waffen-Minion. Aha, Outrate. Lol, 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 lol. Alter. Ich bin extra für dich gestunt, dass du wegkommst. Der hat auch bloß 2 AD mehr wie ich. Warum geht das so ab? Der geht voll ab, gell? Der ist doch mies. Ich glaub, der cheatet. Glaub ich halt auch. Der hat 81 Angriff, Marvin. Aber jetzt hab ich 89, aber er wird nicht, bin ich besser. Alter. Entweder hat der so viel Rüstungsdurchdringung, dass der fast den 1 Schaden hat, aber... Der hat, ähm, nur... Oh mein Gott. Der hat nur ein Item, Marvin. Und das ist Doran. Oh, cool, Marvin. Das war cool. Na. Ich find das ein bisschen traurig, dass der... Ah, den wollte ich. Egal. Egal. Oh mein Gott. Ja, nimm dir den. Hey, dann kriegst du ja auch was. Ja. Ich krieg das gleiche, was du kriegst. Immer wenn du die blauen Kugeln hast. Oh mein Gott. Wie er voll auf dich geht und überhaupt nicht auf mich. Ich steh neben ihm und er geht nicht auf mich. Oh mein Gott. Nee, jetzt hab ich den Rüstungsding nicht mehr. Du musst sie einfach aktiviert lassen. Also, wenn du sie... Wenn du sie anmachst, dann gib sie... Oh mein Gott. Oh scheiße, jetzt bin ich tot. Jetzt kann ich dich auch verdammt. Ich kann die nicht mehr retten. Oh mein Gott. Warum spielen wir gegen einen Ezreal? Der ist doch dumm. Das verstehe ich nicht. Wir haben doch einen Jungler. Warum kommt der nicht? Oh, ein Annie in Level 5 ist auf der Topline gemetzelt. Dead Level 5 Annie. Jawoll. Ein Gegner wurde getötet. Die Geister der Vergangenheit. Oh mein Gott. Ezreal ist doch dumm. Jederschuss. Jederschuss. Oh, seit die Kugeln nicht mehr. Dann kommen die wieder. Ja, die kann dann 30 Sekunden eine. Ähm, was soll ich auftunen, Marvin? Also, welches Item hättest du... Äh, welchen... Welche Attacke hättest du denn gerne als erstes besser? Äh, den Stun. Dass du da ein bisschen Cooldown draufkriegst. Oh mein Gott, der Blitzcrank. LOL! Alter, alter, alter. Was ist der für ein Damage-Haut? Magst du den Ezreal-Stun bitte? Ganz schnell, ganz schnell. Oh, scheiße, war zu spät. Ihr habt die Extra noch gehielt, dir ein Schild gegeben und... Und den Ezreal aber leider zu spät gestand. Ich habe im Extra noch mal geschrieben, gell? Jetzt hat es deren Jungle nämlich auch noch da. So steh' gar nicht, warum. Alter. Wenn I'm back. Ja, ja. Will halt. Der Charven. Oida! Geht der ab? Der ist so abartig, der Ezreal. LOL. Oida, jetzt kriege ich es ja mich. Alter. Das gibt's doch nicht. Hast du den Schaden von denen die Zweig sehen? Ja, ja. Was soll ich mir als nächstes kaufen? Ähm, diesen Brotstein. Sehender Rubin-Kristall. Ja, genau. Alter. Nein! Jetzt machen sie dich, oder was? Naja, fast. Der Charven geht einfach wieder. Anstatt, dass er die Lanes sichtet. Jeder lieber. Haben die keine Midlane, oder was? Good job. Schau mal, was der Schaden reißt. Abartig. Ezreal hat seine Ulti-Jungle. Naja. Und der hat bloß Schuhe, ein vampirisches Zepter und... ...und ne Dorans-Klinge. Ja. Ä-ä-ä-ä-ä-ä-ä. ja jetzt wollen sie Euro aber auch sicherlich ist er noch gestanden worden was soll ich denn machen 1 1 unser Charmin ist so kacke ohne Spaß er kann aber nicht lang jetzt kommt er schon wieder nicht stehe wieder auf die ganzen 4 Kills die was äh die ganzen die Hälfte der 5 Toten ne wieviel Tode hast du 2 oder 3 2 wir haben fast die ganzen Tode wir ja ja alle blitzkrank und Ezra sind ja auch OP du hast keinen Moment genug hey du hast keine Aufladung mehr oh wo nicht gesehen 0 oh Gott oh Gott ich hätte ihn jetzt gestern wenn du nicht wegkommen wärst hat man es dann schon heraussen Alter wann kommt denn der Homo ist schon wieder auf der Top-Lane Alter auf der Top-Lane läuft es doch warum bist du auf der Top-Lane oh mein Gott aha aha ah 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 schon wieder tot oh Gott mein Gott mein Gott Alter dass er das einfach nicht kapiert voll Idiot wir machen jetzt gleich unseren Tower und ich kann nichts dagegen tun ach jetzt kommt die Mitte geil alter der Kerl hat 7 Kills ne der hat 4 so lol wer hat dann achso Annie 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 hat noch einen jetzt gehen sie aber ab oh good job schau warum können die nicht einfach immer da sein nein müssen sie wieder warten bis ich frame wenn die die so leicht zerlegen warum kommen sie noch nicht öfter sehen ja hast du das Gold von den fetten gekriegt oh jeder geh weg geh weg geh weg komm mit ja mach sie nicht weiter zurück kommen ne ich will die wave noch und dann können wir back gehen und dann habe ich die Eleport oh Gott der Ezreal hat schon ein Ding komm ich weg komm ich weg ja ah weiter Gott sei Dank ich muss ja auch schnell was kaufen ich muss ja auch schnell was kaufen ich muss ja auch schnell was kaufen Alter überall läufts bis auf die Botlane ich stehe 0 3 ich stehe 0 3 was soll ich mir als drittes Item kaufen fun doings ok oh Gott geh nicht so weit vor let's crack hold dich schon wieder nein bin hier schon tot oder auch nicht ausnahmsweise nicht weil er sein Grab verhauen hat ja sonst wärst du tot hm Alter überall läufts nur bei uns nicht so schön oh mein Gott ok ok ich komme leider nicht hinterher sonst hätte ich in dir gestunnt oida lol Chaban sag doch dass du da bist du vollhung lol lol willst du jetzt sterben oder was ja will ich cool lol lol hast du jetzt so die gesehen ich schlafe nee Alter ich war im Shop die ist ungefähr 10 keine Ahnung Zentimeter über mir vorbeigeflogen vorbeigedüst so cool hm so ich habe mich mit meinen eigenen Heels wieder auf full life hochgebracht sauber und du hast sogar noch Mana so wenn ich meine Ulti machen soll musst du sagen ne noch nicht oh mein Gott lol Alter lass mich in Ruhe du Mongo oh Gott jetzt holen sie mich ja ich wurde ignited ja ich wurde ignited alter oh Gott oh mein Gott lol wie lange du noch überlebt hast ja weil ich mich selber gehielt habe und mir Rüstung gegeben habe ha 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 oh mein Gott oh man komm mein Char wenn jetzt ach das Set kommt ich kaufe mir jetzt dann Ägide der Legion oder komm ey neun nein mach sie doch nicht ohne mich oh god alter naja jetzt habe ich für den Ads nicht mal einen Assist gekriegt hi honey cool ey da ist ne Wukong irgendwo der Garmeli irgendwo wohnt oh Gott komm ich will das Ding hilf mir mal stunts mal hab dich vorher good job ne ich tanks sogar für dich danke reicht ja schön da ist ein Wukong schaffen wir den? nein ich denke nicht dich sogar noch gehielt wo ist ein Wukong? oh der ist jetzt nicht mehr da zum Glück halt was wird ein Fetty machen was was du hast gar keine Kugel ok stimmt mach ihn oh leil ich habe ihn nicht gekriegt ich komme nein wohin was ist da? stirb nicht, stirb nicht! nein mach den mach den mach den mach ihn nein ah da kommt ne Ezral pass auf pass auf renn weg good job ich glaube ich brauch Schuhe ich glaube ich brauch ein riesen Schwert ich glaub du musst mehr Schaden machen ja ich glaub überall läuft's nur bei uns nicht so schlimm wie ich 0-3 stehe na ich stehe 1-3 dafür habe ich 4 Assists 4 du hast 0 du hast 0 ja ist ja mies jedes mal wenn ihr ihn gemacht habt war ich entweder tot oder zu langsam hey der Sat kommt schön cool was Leute ich komme Leute das Ulti das Ulti jawoll sauber mach ihn noch komm oh schade egal egal er hat mir ja den einen schon gelassen 120 Rüstung habe ich jetzt thank you cool immerhin hat der Zed kapiert dass wir Probleme haben da den kannst du haben Zed kommt regelmäßig ganken finde ich ja sehr sozial von ihm gut 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 wie du Level 8 bist und ich nur Level 11 bist und ich nur Level 9 weiter dafür darfst du mir hier helfen aber ich will ihn okay der Scheiße ist du kannst nur Minions teilen mit diesen Kugeln keine Monster sonst hätte ich gesagt machen wir Baron oder so dann hätte ich doppelt gekriegt kann ich eigentlich Baron stunnen ja aber er ist dann nicht gestand also er kriegt den Schaden von dem Stun aber er ist nicht gestand ok schade wo sind die zwei jetzt weiß ich nicht Mitte oh Gott oh Gott Lauf Alter genau zum richtigen Zeitpunkt weggegangen ja ich glaube wir schauen mal Mitte du bist ein bisschen langsam ich sag ja ich brauche jetzt Schuhe ok ich komme auch Mitte oh da ist ein Level 10er äh Master Yi und unser Tower ist los der ist halt einfach ungefähr voll krass Alter aha good job cool nice oh Endskull ich stehe 3-3 sehr schön ich feede mich langsam hoch gehst du weg lass mir meine Minions was alter das Level 11 Annie auf der Top-Lane gleiche C-Put gleiche C-Put gleiche C-Put hi Annie ich habe gerade schon wieder eine EZL Ulti abgekriegt super ha ha gut job voll treffeln ich gebe es nicht was welche Schuhe sind denn bei dem Vogel empfohlen gar keine die gelben kauf dich die gelben die sind gut Ninde die hat Havii Schuhe ich weiß nicht wie die heißen ach so, ja weißt welche ich mein ja Stiefel der Beweglichkeit ja genau die sind gut oh jetzt läuft er schon viel schneller mit normalen Schuhen jetzt habe ich nur die einfachen Schuhe jetzt kommen dann noch die besseren jetzt brauche ich noch ein bisschen Geld Leute, das Master hier oh mein Gott, er kommt weg oder auch nicht uh einen hätte ich noch lassen können niemals da ist noch eine Kugel dann kriegst du halt noch eine irgendwie nicht hm wo geht ihr hin? Toplane, da ist der Ezra und der Blitzcranky aber ich finde schon mal cool, dass wir mal irgendwie ein bisschen Team spielen Crankyboy ist auf der Toplane Pass auf, da ist Blitzcrank good job haha, ich hab nen Assist gekriegt haha, ich hab nen Kill gekriegt sehr schön sehr schön da du leider keine Kugel hast kriegst du den auch nicht ich hab ihn ja dann runter gemacht sehr schön geiler Heal jetzt muss ich dann bald wieder backern aber den Tower schauen wir noch ob man schaffen oder? ja logisch naja, den schauen wir noch mit dem ED was ich hab und bam nice oh Gott, jetzt kommt Ezreal jetzt ist Ezreal da aber er hat noch kein kein wilde, der Dingsboomster ah ja ah ja deswegen macht er noch kein Damage ich bin nicht mehr bei dir, gell also ich will mir nur schnell den Blubuffstil ich mach nen Back und ich krieg ihn oh Gott, Annie ist hinter dir, gell, also ne ich bin schon weit über alle Berge na gut ich hab mich durch die Wand gebeamt ja ich kann so was oh cool oh, da komm ich nicht durch die Schuhe habe ich jetzt ja, was wollte ich denn eigentlich gerade noch kaufen Rando genau LOL wie sie da alle sind oh mein Gott oh mein Gott wie ich jetzt endschnell bin oh mein Gott wie wir Dragon haben die stehlen gleich rap off oh mein Gott ich komme sie haben ihn wahrscheinlich schon oh Gott ja logisch haben sie ihn schon ne, sie haben ihn noch nicht LOL noch mehr meiner jawohl und dankeschön für das die klein machen ich bin halt einfach voll langsam geh ich lass sie dir sogar ah warte in 5 Sekunden komme ich zu dir wieder runter oder du kommst zu mir und ich wollte ihn dir noch stunnen egal oh Annie stirbt oh Annie oh an was stirbt sie an einem Mundo ah ich wollte dich oh sorry zwei Kugeln zwei Kugeln wie ich nur 25 Minions ab oh mein Karin ist irgendwo der schwule Champ ist er auch der hat lange Haare ja es gibt sogar einen pinken Tarik Skin der sieht dann richtig geil aus ja ja die sind alle komplett gleich aus bei ihren Skins nur dass sie verschiedene Farben haben ja bei Tarik ist das echt krass krass schwule krass schwule schauen wir mal was wir in Mitte pushen können der Tower hat noch ein bisschen Leben kannst du tanken? lass Mundo tanken lass Mundo tanken komm mach den Tower Mundo Mundo oh Gott blitzcrank Alter Mundo will nicht tanken oh mein Gott nein Marvin ich kann definitiv nicht tanken alles klar Mundo haut ulti viel zu wenig Rüstung Mundo haut ulti an und will nicht tanken aber er haut ulti an so muss das ja oida ich hab ne Kill Marvin sauber ich hab ne Doppeltötung oh jetzt bin ich tot Marvin ich hab grad ne Doppeltötung gemacht hast du es mitgekriegt ich hab grad einen getötet und der Kill war ziemlich episch ich steh 2-4-2 alter ich hab grad ne Doppeltötung gemacht wie hab ich denn die gekriegt boah gesteilt nein ich hab nur meine Stunts rein gehauen alter sauber ich hab nur wirklich auf beide Gems nur nen Stun gehauen und hab den Kill gekriegt sauber jetzt steh ich 2-4-2 mhm oh nice ich krieg einen Assist für den Kack was er da gemacht hat egal was er gemacht hat ich komme nein den will ich den will ich ja ohohoho edler Stil oh my god der Stil hahaha alter war der mies hahaha hahaha nein die Gegner geben auf ich steh 6-3 nice wenn es euch gefallen hat gebt doch nen Aumen nach oben und bis zum nächsten Mal ciao